So hallo, wir machen weiter bei Fortnite. Ich verfolge ja gerade so ein bisschen die Aufträge und wir haben letztes Mal schon gesagt, wir wollen jetzt heute dieses hier Sonnenvogel-Mondfalke-Ding auf jeden Fall hinbekommen. Dafür muss ich hier an den Ort oder an den Ort, also an beide wahrscheinlich, oder hier steht ja oder, ne? Sonnenvogel oder Mondfalke und Viehliebe. Ich weiß nicht, was wo ist, keine Ahnung. Aber ich werde es mal versuchen, die zu finden. Und das mit dem Kugler, dafür müssten wir halt wahrscheinlich, die sind, wobei ich glaube, da sind hier auch welche, oder? In dem Eisgebiet waren auch manchmal welche. Also das werden wir, denke ich, noch hinkriegen. Es wäre nämlich schön, hier auf jeden Fall weitere wöchentliche Aufträge abzuschließen, weil es gibt halt richtig XP. Und wir haben letztes Mal schon bis Level 11 schon gelevelt, was nice ist. Okay, lass reingehen. Wir gucken, ich pausiere, wir sehen uns, wenn es losgeht. So, der Schlachtenbus wird runtergezählt. Es geht jeden Moment los. Jede, jeden Moment, genau. Okay, wir wollen hier hin und hier hin. Ja, komm, dann nehmen wir mal die Inseln hier noch mit, dass wir die noch aufdecken. Dann gehen wir bis da, sollten wir es schaffen, bis darüber zu kommen, oder? Das sollte drin sein. Ja, ich denke, das haut hin. Wahrscheinlich muss ich erstmal hier landen, um die aufzudecken. Ich denke, die muss man alle einzeln machen, schätze ich mal. Wir lassen es gleich wissen. Kann ich obendrauf eigentlich auch landen? Ist das klug, da obendrauf zu landen? Ich glaube nicht. Was ist jetzt los? Ach, hier ist ein... Oh, okay. Ich war so ein Aufwind, da konnte ich gar nicht weitermachen. Ah, das sind alles... Ja, das dachte ich mir, das sind alles verschiedene Orte, wo ich hin muss. Wir fangen mit Munition an. Aber noch keine Waffe. Super. Okay. Hat sich erledigt. Was ist das? Achso, die Angel, ne? Okay. Brauche ich zwar nicht, aber kann man mitnehmen. Ah! Munitionskiste. Immer gut, immer wichtig. So. Es sind drei Millionen Kisten. Ach, war hier so ein... Okay, da muss ich mit einem zweiten Spieler hin. Das geht also nicht. Ah, weil da dann... Da sind die Kisten drin. Okay, okay. Ne, doch, das sind... Äh, ein paar sind... Ich glaube, eine ist noch oben. Mindestens eine. Da ganz oben? Ne. Ach, wurscht. Okay, äh, lasst mal jetzt... Da rüber gehen. Die ist auch... Wobei, die ist auch noch nicht. Also, ich muss wirklich alles einzeln. Okay. Man muss wirklich alles einzeln aufdecken. Wo müssen wir eigentlich hin? Wo ist... Ah, schlecht. Okay, so geht es schneller. Jawohl. Gleich wieder den Ort mitgenommen. Das können wir mal statt der Angel. So. Keine Zeit zum Angeln. Aber wir hatten ja auch noch zwei Minuten, bis es sich alles hier zusammenzieht. Dafür sind wir jetzt hier auch schön ungestört. Natürlich auch seine Vorteile hat. Hoppala. Nicht so stürmisch. Jawohl. Sehr gut. Das nehmen wir lieber mit. Aber ja. Und dann so. Okay. Äh, und die Waffe würde ich aber trotzdem schon noch mitnehmen auch. Weil das Metallding, da brauchen wir nicht. Das machen wir später mit den Autos zusammensetzen. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Okay, schwimmen wir mal darüber. Geben wir mal ein bisschen Gas. Okay. Oh, wir werden gerade beobachtet. Das ist ich an dem Auge. Der wird aber gleich weg sein. Und feststellen, hm. Der ist jetzt nicht so spannend, dem zuzugucken. Okay, da drüben waren wir auch noch nicht. Ja, jetzt habe ich aber, glaube ich, keine Zeit mehr, um da noch hinzugehen. Jetzt haben wir, glaube ich, keine Zeit mehr. Ich muss jetzt mal schauen, dass wir hier wegkommen. Vor allem, ich verfolge gerade nicht das, was ich eigentlich wollte. Aber ist jetzt egal. Vielleicht schaffe ich es zumindest da vorne noch aufzudecken, diese ganzen Tempel da. Ich meine, drei Minuten, es geht jetzt, sehr langsam geht es jetzt zu, dieses Auge des Sturms. Na, das ist noch, das ist alles noch in Ordnung. Wir haben noch keine Hektik. Guck mal, wir sehen es noch nicht mal, das Auge des Sturms. Alles, äh, wir sehen es nicht, wir sind ja drin, aber. So, jetzt haben wir das auch noch aufgedeckt. Prima. Hier gibt es auch nochmal schön Munition und neue Waffe. So. Grün ist immer besser als weiß. Da wäre auch noch eine chillige Kiste. Oh, eine blaue Kiste. Nee, ist keine blaue Kiste, never mind. Okay, so. Dann kann man noch da rüber laufen. Ha, Tier. Komm her. Genau dich brauche ich. Komm her. Du sollst herkommen. Mutti. Na. Tu dich nicht so anstellen. So, dankeschön. Jetzt Abflug. So kann ich nicht sprinten. Hallo, Tier? Obala. Wollt nicht schießen. Das Tier hat absolut keine Lust zum Sprinten. Okay, dann sprinten wir halt nicht. So, wo muss ich hin, dass jetzt der Teil hier aufgedeckt wird? Nee, der hat keine Lust zum Sprinten. Jetzt hat er Lust zum Sprinten. Jetzt müssen wir uns aber auch hier ein bisschen hier schicken. Jawoll. Schön hier alles aufdecken. Prima. Eine Zeit für Kisten. Ja, vorne wird geschossen. Okay. Ja, jetzt wäre ich wahrscheinlich da, wo ich interagieren könnte. Aber wir probieren mal zu interagieren. Zumindest da an der Stelle. Da sind wir nämlich gleich. Und das ist ganz gut. Da sind wir gleich. Das ist sehr gut sogar. Ja, perfekt. Da drüben ist das, ne? Jetzt sind wir erstmal safe. Hui. Jetzt sind wir erstmal safe. Kann er sich ein bisschen ausruhen und wir versuchen mal da hinzukommen. Auch wenn da gerade der Wirbelsturm ist, aber juckt. Ja, so. Genau, das wollte ich haben. Okay, ähm, ist die Person, mit der ich interagieren muss, nicht genau hier? Lass mich mal gucken. Äh. Oh, das geht auch nur noch eine Stunde. Jetzt sehe ich das erst, dass das abläuft. Guck mal. Ja, das ist genau hier nämlich. Wenn ich das jetzt auf Verfolgen mache, sehe ich das dann irgendwo. Ah, ist das hier vielleicht? Wie die bin. Nice. Okay, ich will nichts kaufen. Ich will... Oh mein Gott, ich habe jetzt... Ich hatte nicht vor, was zu essen. Lol. Habe ich jetzt dafür meine Dings hergegeben? Meine, meine Teile? Ich glaube, ja, ne? Naja, egal. Okay, das war die Geschichte. Ähm. Ich will doch meine Waffen wieder... Ich glaube, ich habe dafür gerade so Gold hergegeben, aber jetzt wurscht. So, dann ist das gemacht. Das andere ist da drüben. Ja, okay. Ja, okay. Das geht jetzt halt nicht mehr. Ähm. Gut, und was läuft hier ab? Gut, Tilted Towers kommen wir nicht hin. Stück Frucht oder Gemüse. Ja, das kriegen wir hin. Ein Stück Frucht oder Gemüse werden wir hinkriegen. Ähm. Hallo? Oh, bist du jetzt zu müde oder was? Okay, dann reite ich halt mit dir weiter. Oh, jetzt geht's dir wieder gut oder was? Komm her. Oh. Ähm. Oder wir lassen's einfach komplett in Ruhe beide und gehen unsere Wege. Das geht natürlich auch. Piste. Aber das, das mit dem Kaufen gerade war schon wieder ziemlich blöd, oder? Also. Ja. Oh, da ist er wieder. Müsst du mich abholen? Na dann Abflug. Hast du mich doch wieder gefunden. Ach, der Storz. Kein Bock mehr. So. Ähm. Wer und wo? Da. Nee. Nee, mein Kollege. Ganz schlechte Idee. Oh, der, 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 ich glaub, wir haben gleich ein Problem. Jo. Ich glaub, das schaff ich nicht mehr. Wenn mir nicht weiter angeschossen werde von hier. Ja. Komm schon. Sprint. Yes. Du schaffst es. Okay, wir sind draußen. Noch nicht ganz. Jetzt. Äh. Ist eine Frucht. Hier ist eine Frucht. Holy moly. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Oh mein Gott. Das wollte ich nicht. Hier ist ein Gebäude. So. Aber das heilt nicht meine Energie, das ist halt nur mein Schild. Ja. Alter. Oh, und noch eine Banane essen hier. Noms. Noms. Sehr schön. Und jetzt zerstören wir jetzt schön wieder Gebäude. Prima. Oh, das da drüben hat nicht funktioniert. Egal. Okay. Ah, das war ja wild. Ähm. Okay. Es sind nur noch zehn Leute auch übrig. Zehn. Zehn Leute. Und alleine das, dass man übrig bleibt, blübt ja auch schon wieder Punkte. Was ist dieses gelbe Ding? Kann ich das nehmen? Ist irgendwas zum Öffnen? Nö. Eko. Ach so, das ist wahrscheinlich, ja, ja, so wie der Kollege hier. Das ist einfach von dem Sturm. Von dem Sturm, äh, herumgeweht worden. Oh, oh, Vorsicht. Schön aufpassen. Da drüben. Aber nichts zum Snipern, ne? Ah, will ich das probieren? Oh. Da war ich nicht der Einzige, der den im Blick hatte. Wo kam das her? Oh, wir ziehen uns schon wieder zusammen. Oh. Oh, ich hab ne Idee. Erstmal Energie holen. Sehr schön. Ich glaub, hier oben ist gar nicht mal so verkehr... Treff halt nicht. Scheiße, jetzt ist die weg. Aber ich hab hier das Schild abgezogen. Sieht man die noch irgendwo? Ne, die hat sich... Die will aber auch keine Vergeltung. So, die, die ist einfach weg. Ja gut, dann muss ich hier leider wieder runter, weil es ist hier nix los. Sieben Spieler noch übrig. Hier noch ne Kiste holen. Oh, wieder Kohle, die ich versehentlich vorhin versammelt, versäppelt habe. Saufpack mitnehmen ist gut. Saufpack mitnehmen ist gut. Nee, das ist kein Spieler. Doch, da oben. Okay. Ich mein, Energie... Also, Energie abziehen ist ja auch schon mal ne Sache. Boah, ne? Kann ja sein, dass es dann zum Tod führt nachher. Ja. Und zwar... Zu meinem. Ah, Mist. Ich hab nicht aufgepasst. Aber hey. Ich hab erreicht, was ich wollte. Wir haben unsere drei täglichen Missionen geschafft. Und das gibt schön XP. So, lass uns das kurz aufholen. Also. Ah, ne, haben wir noch nicht. Ah, ich muss zwei essen. Scheiße. Hab ich nicht zwei gegessen? Scheinbar nicht. Okay, das fehlt... Okay, 40 Minuten noch. Kriegen wir hin. So, aber da haben wir jetzt eins von... Ach so. Man muss mit beiden in einem Match... Ah, verstanden. Okay, das macht's ein bisschen schwieriger. Ah, verstanden. Okay, 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 okay. I see, I see, I see. Gut. Dann gehen wir doch gleich wieder rein. Ich pausiere und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ähm, wo ist meine Karte? Ah, okay. Wir kommen direkt bei Shifty Shafts vorbei. Perfekt. Dann reden wir gleich mit der Viehdiebin. Und danach wuseln wir hier rüber zu dem Kollegen. Das ist dann hier wahrscheinlich genau bei den Ruinen. Ich verstehe. Okay, 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 alles klar. Gut, perfekt. Dann markiere ich mir das doch erstmal hier. So. Das ist direkt da unten. Straight runter und einfach gleich mit der quatschen. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier nicht alle hinterher. Wo ist die Viehdiebin? Wo ist die Sprechblase? Lass mal eine Waffe holen. So. Da ist sie. Da läuft sie schnell hinterher. Oh, 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 oh. Okay. Hello. Nein, ich will nix. So. Sehr gut. Lass mal ein bisschen ausrüsten auch. So. Nice, nice, nice. Okay, das kann man austauschen. Sehr schön. Noch ein. Oh. Uuuh. Okay. Levelaufstieg. So. Und jetzt müssen wir quatschen mit... Da drüben. Wo ist das? Da. Okay. Ich will nicht bauen. Was war das jetzt wieder? Okay. 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 Ähm, das war nicht ganz der Plan. Äh, soll ich mir? Ja, komm, wir müssen uns kurz heilen, das hilft nix. Scheiße gebaut. Schießt der auf mich? Ich meine, ich seh, da hinten läuft einer, aber hat der mich im Visier? Oder schießen die einfach zufällig in meine Richtung? Okay, ich glaub, der hat mich im Visier. Gehabt. Oder auch nicht. Jetzt aber vielleicht schon. Ah, ich will aber nicht, ich will gar nicht zu euch, ich will da nach hinten. Was ist das? Ist das ein Zelt? Ja, ist das ein Zelt. Brauche ich jetzt im Moment nicht. Wahrscheinlich verkenne ich die Bedeutung eines Zeltes, aber ist jetzt gerade egal. Gibt es nur... Es gibt nur sowas. Ah, dann kann ich kurz wieder was zerstören. Hier. Hallo? Nimmst du doch wieder mit? Okay, also mit Glühbirnchen kann man sozusagen sofort solche Dinge erstellen. Okay. Jawohl, da geht's los. Setze Gebäude in Brand. Zack. 76. Jawollo. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen, aber das ist nicht mehr so weit. Das sollte hinzukriegen sein. Selbst wenn sich das jetzt zuzieht... Ja, das schaffen wir bis dahin. Easy. Wir sind gleich da. Vorausgesetzt natürlich immer, mich killt nicht irgendwas plötzlich. Doch, dann habe ich... Wow! Wollte es eigentlich öffnen. Okay, ich öffne es nicht. Ist so ein Ordnungsspiel. Wenn du das gerade nicht willst, dann lasse ich das halt sein. Oh, shit. Ich will gar nicht kämpfen. Willst du auch nur mit der Person reden? Sind wir cool? Oh, ich bin so nah dran, ne? Ich will nicht mit dir kämpfen. Wo ist der jetzt hin? Scheiße. Da ist, da ist reden. Da ist reden. Muss nur schnell interagieren, dann haben wir es. Sehr schön. Auftrag abgeschlossen. Okay, jetzt können wir kämpfen. Okay, ich glaube, ich kann mir sogar den Schildrang kurz holen, der mir da... Wobei, ich muss zum... Ich muss zur Dings, ne? Ja. Komm, wir tauschen mal kurz aus. So. Dann gönnen wir uns den erstmal schnell. Perfekt. Und dann geht's erstmal weiter. Die Richtung ist ja ganz gut. Was ist passiert? Und in der Richtung wird geschossen. Ne, da mische ich mich nicht ein. Das macht ihr mal unter euch. Da hab ich nix verloren. Okay. So, sobald wir in der Zone sind, können wir mal gucken, welche Aufträge wir noch machen könnten in dieser Runde. Oh, shit. Will ich, will ich, soll ich mich bemerkbar machen? Hat sich erledigt. Ja, ich bin so schlecht, ne? Okay. Wuh! Aber die Person war noch schlechter. So. Bisschen schlecht, hier so offen zu trinken, aber hey. Passt schon. So, jetzt hab ich noch ne Sniper dabei. Ist in Ordnung. Das laden wir mal kurz nach. Hallo! Oh Gott. Sehr schön. Okay, ähm... Joa. Zwei Minuten Zeit, sich hier kurz ein bisschen auszuruhen. Mehr Munition zu bekommen. Sehr schön. Oh, wir könnten sogar mal die Waffe... Scheiße. Wo? Gilt das mir? Ich glaub, das gilt nicht mir. Scheiße. Scheiße. Aber falls es mir gegolten hat, hat sich die Sache erledigt. So, wir tauschen die mal kurz aus, weil lila ist lila und blau ist blau. Okay, hab ich jetzt kurz Zeit, mich hier einmal chillend hinzusetzen und zu manövrieren, was wir jetzt tun. Also, wir müssen immer noch was essen. Tilted Towers kommen wir nicht hin, ne? Nein, kommen wir nicht hin. Okay, haben wir hier noch irgendwas, was wir tun können? Kugler, kann man nix machen. Ne. Ja, da... Truhen dort durchsuchen. Ja, okay, könnte man. Aber ist jetzt auch nicht so crazy. Okay, ich könnte zu diesem Luftschiff hier tanzen. Aber da muss ich ja endlich verstehen, wie ich tanze. Lass mich das nochmal kurz gucken, wie ich tanze. Wo er sich die Zone zusammenzieht. Wie gehen diese Emotes bauen? Emote. B. Ah, okay. Ne. Ah, Mist. Nicht, was ich wollte. Okay, jetzt muss ich erstmal mich hier schicken. Wohin muss ich? Okay, wir sind in der Richtung unterwegs. Oh, jetzt ein Boot wäre super. Dann komme ich hier direkt bei einem vorbei. Das wäre sehr chillig. Yes! Boot! Ciao! Keine Zeit für dich. Oder doch? Wenn der Bock da drauf hat. Wo wurde denn jetzt wieder geschossen? Von da, oder? Sheesh. Ah ja, wir sind auch schon wieder in der Zone. Oha, wir sind schon da. Das ist nicht gut. Das heißt, hier sind jetzt alle. Stop. Ist das Ess... Naja, es ist was Essbares, aber ich glaube, das zählt nicht. Weil es keine Frucht ist. Ah, es ist halt keine Frucht. Okay. Ja gut, da hat sich jetzt schon erledigt mit dem Ganzen. Aber ich glaube, jetzt sollten wir auch normal spielen und nicht mal auf Aufträge gehen. Sollte ich zufällig noch eine Frucht finden, wäre es cool. Aber wenn ich, dann nicht. Frucht! Southpack? Okay, das nehmen wir mit. Sehr schön. Aber wir nehmen es nicht mit. Wir setzen es gleich ein, weil... Mein Schild ist nicht voll. So, jetzt ist mein Schild voll. Na, kommt da jemals Medikit noch mit? Setze ich zwar am wenigsten wahrscheinlich... Oh, können wir die austauschen? Ja. Okay, wo ist dann die nächste Zone? Okay, wir sind auf jeden Fall noch gut. Wir sind noch gut. Wir sind auch wieder die letzten 10 unter den letzten 10 dabei. Das ist schön. Da ist noch ein Fischi. Und noch ein... Okay, jetzt nehmen wir das Southpack mit. Stattdessen. So. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Wo ich mich nicht sehe, ist hier so offen rumzulaufen. Da sehe ich mich noch nicht so ganz. Jetzt zieht es sich wieder zusammen. Ich weiß nicht, wo ich hin soll will. Oh, hallo Vögel. Kann ich mit euch was tun, weil ihr euch angezeigt werdet? Ah, okay, die geben halt Fleisch. Gut. Das brauche ich aber leider nicht gerade. Ja, hier werden so Autodinger für, wenn man was zusammenbauen will. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht die beste Idee, das jetzt zu machen. Frucht essen. Mist. Müsst ihr jetzt Energie verlieren irgendwie. Weiß nicht. Okay, ich weiß, wie ich Energie verliere. Das sind jetzt die Auftrag-Taktics, aber nicht die Spiel-Taktics. Äh, ja. Nur ganz kurz. So, Frucht. Und Mission. Zählt das nicht als Mission? Ist eine Banane keine Frucht? Wir müssen verarschen. Fällt das nicht als Frucht, eine Banane? Hätte das jetzt umsonst gemacht? Kann ich mir hier eigentlich eine Frucht kaufen? Nein. Schade. Okay. Für den nächsten Bereich muss ich mich dann doch ein bisschen wieder weiter bewegen. Jetzt wird's auch noch dunkel. Dunkel ist nix gut. Aber wir sind auch nur noch vier Leute. Scheibenhonig. Ob Schritte gehört. Scheiße. Wer sieht wen zuerst? Da hat sich jemand... Da hat jemand jemanden gesehen. Und zum Glück nicht mich. Leise. Ich wollte gerade sagen, wo ist eigentlich mein Southpäck hin? So, hier bin ich sicher. Oder zu ohne zumindest. Drei Leute noch. Wo sind die? Okay. Okay. Wer findet wen als erstes? Wo kam der her? Scheiße. Wo kam der her? So treff ich nicht. Okay. Mist. Ah, schade. Okay. Okay. Puh. Ei, 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 ei. Gut. Aber dann war's das. Für die Aufnahme. Und für den Tag. Lang genug gespielt. Ich muss weiter korrigieren. Uh. Wir haben den Auftrag... Irgendwas haben wir abgeschlossen. Ich weiß nicht was, aber wir haben den neuen Skin für eine Waffe. Sehr schön. Weiter. Einfordern. Das waren wieder Doppel-Level-Aufstieg, ne? Oh, wir sind jetzt schon Level... Level was haben wir denn jetzt? 13. Sweet. Okay. Ähm. Dann lass mich mal kurz in die Aufträge gehen. Ah, wir haben den... Den haben wir noch nicht. Aber ist eine Frucht, hab ich doch. Ach, und? Ah, scheiße. Ich hab wahrscheinlich die Frucht gegessen und das Gemüse noch nicht. Ah, okay. Mir fehlt das Gemüse. Ja, okay, okay. Ja, dann haben wir halt den dritten täglichen Auftrag nicht. Was soll's. Gut. Und in Dessie gibt es ja auch nochmal dann richtig schöne Punkte, wenn man hier so Stück für Stück hochlevelt. Also man levelt mit der Zeit. Ah, man levelt mit der Zeit. Das ist alles... Das ist alles in Ordnung. Das kommt alles mit der Zeit. Gut. Ja. Ein Zettel haben wir von unseren 100. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Und... Saget tschüss. Das ist... Das ist alles.